Ansprache von Königin Elisabeth II. War für Prinz Harry brutal. Bei Weihnachtsansprache von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2019 wollte sich Prinz Harry endgültig von den Royals lossagen. Es sei der Wendepunkt gewesen. Prinz Harry, 37, geht mit seiner Familie alles andere als zimperlich um. Geht es jedoch um ihn selbst, wird der Rotschupf zum Sensibärchen. Die Weihnachtsansprache seiner Großmutter Königin Elisabeth, 95, im Jahr 2019 scheint heute noch an ihm zu nagen. Die rüstige Monarchin blickte damals in ihrer Rede auf ein ziemliches holpriges Jahr zurück. Damit spielte sie unter anderem auf Prinz Harry und Meghan Markle, 40, an. 2019 sprachen sie in einem Interview erstmals über die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit. Weihnachten feierten die beiden lieber mit dem Sohn Archie, heute II, in Kanada, statt gemeinsam mit der Queen. Prinz Harry fühlte sich ausradiert. Die Queen ließ sich den Unmut darüber anmerken und entfernte ein Familienbild der Sussex unter dem Tannenbaum. Jenes mit Prinz William und Herzogin Kate, beiden 39, ließ jedoch stehen. Ein Stich ins Herz von Prinz Harry. Royal-Autor Christoph Andersen enthüllt nun gegenüber As Weekly, ich denke, dies ist ein Wendepunkt. Es gibt alle möglichen subtilen Botschaften, die in dieser Art von Seifenopper vermittelt werden. Denn, noch ein Jahr zuvor waren die Fotos mit Harry, Meghan und Archie noch prominent aufgestellt. Laut Harry nahestehenden Quellen brachte dies das Fass zum Überlaufen. Andersen erklärt, ich denke, das war schmerzhaft für ihn. Ein Freund von Harry erzählte mir, dass er das Gefühl hatte, dass er quasi aus der Familie ausradiert wurde. In der Folge heckten die beiden Royal-Rebellen den Plan aus, sich endgültig von den royalen Pflichten zu verabschieden. Wenige Tage später, am 8. Januar 2020, verkündeten Harry und Meghan aus heiterem Himmel den Mixit. Ganz nach dem Motto Rache ist süß.